Yo Goldies back! Und zwar habe ich ein kleines neues Easter Egg gefunden. Das Flaggen-Easter Egg, was ich euch jetzt zeigen werde, kursiert etwa seit 3-4 Wochen im Internet. Wenn man bedenkt, dass Belfit jetzt schon über 6 Monate auf dem Markt ist, ist das schon eine sehr lange Zeit, bis das überhaupt entdeckt wurde. In der Singleplayer-Mission der Meldegänger, die erste Mission Cup Helles, befinden sich am Flaggenmast kleine unscheinbare Flaggen. Diese können mithilfe des Flaggenalphabets entschlüsselt werden. Das Flaggenalphabet wird in der Schifffahrt verwendet, um Nachrichten auf optischen Wegen durch spezielle Signalflaggen auszutauschen. Und wenn man jetzt die Signalflaggen von oben nach unten liest, dann ergibt sich folgender Text. We love dice Los Angeles. Wer besonders lustige Battlefield 1 Videos hat, kann die mir einsenden. Der Link dazu befindet sich auf meinem YouTube-Channel auf der Hauptseite ganz oben rechts. Vielen Dank fürs Zusehen, bewertet ruhig das Video und kommentiert es. Ich bin raus, euer Goldbizzer, ciao!